Obwohl es eigentlich irgendwie ironisch ist, wenn man sagt, ich bin nur 56 mal gestorben. Ich hab dich geraumt, oder? Das war ja geil. Naja, hat er dich nicht gesehen. Aber ich glaub, das ist dir grad gänzlich egal. Ja. Das neue Konglomerat hat die Einrichtung erobert. Lol. Man kann sich hier nirgendwo hinstellen, nur dass man gleich abgeschossen wird. Ich seh dich da grad, du bist ja noch nicht tot. Ja, war aber fast. So. Dann wechsle ich mal die Klasse. Und das war ein sehr schlechter Einfall, hier lang zu rennen. Sofern das hier geht. Nein, es geht hier nicht. Wie komm ich denn da oben hin? Wie viele Fahrzeuge hier einfach stehen. Oh, Mann. Ey, lass mich mit. Yes, Babe. Und dann steigt der Fahrer aus. Na klar. Na klar. So. Gehen wir mal nach oben. Dann würde ich auch gerne mal ballern. Jetzt gib mir ein Fahrzeug. Ich glaub ich hab nicht mehr genügend Punkte. Was irgendwie scheiße ist. Wo bin ich denn jetzt? Ich check das grad alles irgendwie nicht. So. Ach da. Okay, gut. Und ich hab genügend Punkte für den Flash. Aber das ist jetzt irgendwie auch nicht so prickelnd. Deswegen guck ich einfach mal, ob ich bei irgendjemand mitfahren kann. Ah. Magrida. Magrida. Du bist voll besetzt. Fuck you. Kann ich den benutzen? Nein, der ist despawned. Mann. Da ist ein noch halt besetzter Magrida. Was ist unsere Sundara? Na scheiß drauf. Ich geh da einfach so hin. Ach, da oben sind die. Ah, die Max-Einheiten stehen da oben auf den Hühlen. Bin ich grad blind? Da war doch eben einer. Da oben ist einer. Da oben ist einer. Okay, dann geh ich mal nach oben. Ich versteh dich grad nicht. Hm. Ich seh dich. Unter mir. Jetzt ist besser. Äh. Ja. Jetzt ist es besser. Jetzt ist es besser. Ah, da ist der Arsch. Das Arsch. Das Arsch. Das Arsch. Ist der runter gesprungen? Oder bin ich wieder blind? Verdammt. 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 Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Boah. Ach. Hi Kollege. Ach. Oh lol. Ist der gerade runter gesprungen? Ja, fick dich selber. Wollen wir uns vielleicht mal zu der Havar-Technik-Anlage begeben? Ah, kann man machen. Ich spamm jetzt einfach mal ein bisschen mit meinem Raketenwerfer rum. So lange bis es mir die Muni ausgeht. So. Ich hab jemanden getroffen, aber nicht umgebracht. Das ist schade. Yes. Ich hab ihn umgebracht. Aha. Verdammt. Ah ok, bin tot. Du darfst mal zu der Technik-Anlage gehen, oder? Also zu der anderen. Äh, meinst du die Havar-Technik-Anlage? Genau. Ok. Sind wir in der Überzahl noch? Noch. Leicht. Ach ja. Ja, aber der Manneposten ist nicht mehr unserer. Dann machen wir's eben wieder rückgängig. So, Geeknerne-Ingenieur. The fuck, was ist denn los? So, ok. Was war das denn für ein Bug? So, Engineer. Ok, klappt. So. Kann ich hier irgendwo ein Fahrzeug spawnen lassen? Äh. Guck, ich... Ich glaube nicht, oder? Ja. Ich guck mir eben auf der Karte nach. Bin ich... Ach, da bin ich, ok. Doch, da kann jemand spawnen lassen. Da auch. Wo bin ich denn? Da. Ok, dann ist das dann näher. Oh. Ok, da sind schwere feindliche Panzer, das ist nicht so gut. Ah. Verdammt. Ah. Muss ich noch fünf Minuten für diesen kack Lightning warten. Ja, in drei Minuten endet diese Operation. Bis dahin müssen wir das Teil noch halten. Obwohl es sieht gut aus. Es schafft man noch. Ja, sonst kann ich so ein Wie heißt er? Harrister spawnen lassen Ach ja, hätte ich eh Naja, muss man mögen Obwohl, so schlecht sind die eigentlich gar nicht Kannst du da oben was ganz Nettes drauf montieren? Granatwerfer oder so So Verdammt, verdammt Wo war der denn? Abita, yeah Hab mich abgeschossen Hey, ho Let's go Ach, ich bin mal mit Sunra gespawnt Okay, dann lasst uns diese Scheiße halten So schnell können die anderen das gar nicht einnehmen Also bis zum Ende der großen Operationen behalten wir das Teil auf jeden Fall Verdammt, Mann Ah, ich wechsle einfach zur schweren Angass hinein So Dann lass mich spawnen Verdammt, wo kommt der denn her, ey? Ach, das Sunra ist im Gebäude drin Auch nett Ja, ja Wir sind noch zu viele Gegner, aber Bist du besser? Leicht untertrieben Viel für Kill wird es besser Was kannst du besser? Zeig's ihnen Ah, wo sind? Ach da Ja Jo, wir übernehmen das Teil Verdammt, ey Lauf doch nicht in meinen Weg Gleich Gleichstand Aber Kampfrang 5 Das ist mir zwar relativ gleichgültig, aber So, Raketenwerfer, du bist gefragt Dieses vergrößerte Visier war echt ne lohnende Investition Da kann ich nicht mitreden Kannst du ja kaufen Mach ich vielleicht auch Aber wie gesagt, jetzt kann ich noch nicht mitreden Ich seh deinen Panzer Ja Ah, ich spame wieder mit dem Raketenwerfer Auf Versuchus zumindest, glaube ich seh niemanden Dann runter Ja 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 Komm gleich Oh Mann Toll, ich wurde vom eigenen Typen gekillt Der Level 100 war Ja sowas ist immer scheiße Er sollte doch eigentlich gelernt haben, dass man nicht auf Verbündete schießt Zumindest so heiß ist Insbesondere nicht mit Granatwerfen Ich seh dich Und du bist tot Ja Ja, hat Ja dann So, Raketenwerfer, führe mich zum Sieg Aber ich seh niemanden Verdammt, 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 verdammt und ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch ich tue gerne mein bestes um das zu enden ich sehe dich mal sehen wie lange du jetzt noch lebst ja das ist die frage ah das freut ab nicht sehr lange ah ich sehe schon wieder naja mal gestorben ich kann das ja nachher mal sehen wie du in Ordnung gestorben bist ich meine ich bin öfter gestorben also ich bin 56 mal bisher gestorben und habe 96 Leute getötet die KD ist 1,7 verdammt ok ich bin auch wieder gestorben ach fangt's dann wenn ich wieder will leben obwohl das eigentlich irgendwie ironisch ist wenn man sagt ich bin nur 56 mal gestorben naja irgendwie schon naja auf jeden Fall ich würde sagen dann beenden wir hier langsam mal die Aufnahme und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder das heißt beim nächsten Part da aus dieser Session werde ich auch immer mehrere Parts machen ich werde ja nicht eine Stunde und 40 Minuten hochladen warum nicht? weiß nicht ist ein bisschen zu lang ja ich weiß nicht hat YouTube deine Beschränkung? naja ich kann ja Parts hochladen die länger als 15 Minuten sind aber meins habe ich ja freigeschaltet aber trotzdem ich finde das hat sich ja bei Displace mittlerweile so etabliert dass man da eben Parts in Länge von 15 bis 20 Minuten macht gut man kann natürlich auch länger was hochladen ja natürlich kann man das aber ich finde es eigentlich immer besser wenn sowas in Gänze ist na auf jeden Fall dann sehen wir uns und zwar im nächsten Mal wieder dann auch mit mehr Personen hoffentlich also das hoffentlich ich meine hat der mit Lasse auch so Spaß gemacht aber mit noch mehr macht das ja natürlich noch mehr Spaß ne er kommt darauf an wie gut die sind wenn wir es jetzt total nupsen sind ist das natürlich auch scheiße bist du gerade ein Techniker? äh nö verdammt ich brauche Munition ich laufe jetzt einfach auch da zu irgendeinem ich hoffe jetzt dass ich sterbe aber ich will die Aufnahmen möglichst mit dem Tod beenden dann kann ich dir ja gerne weiterhelfen ich ich muss nachladen ey fick dich doch ok der ist tot ok ich bin ich bin gestorben dann sehen wir uns nächstes Mal wieder äh mit mehr Personen wie gesagt und vielleicht auch auch mit einem anderen Kontinent weil ich weiß ich mag Inder irgendwie nicht so sehr bin mehr ein Fan von Esamir oh da sieht man ja wie viel wir hier schon erobert haben da bekommen wir dann auch immer schön mehr Punkte und können uns auch dementsprechend mehr Fahrzeuge holen hallo dann bis zum nächsten Mal und tschüssi Kowski wir kriegen 71 Punkte alle 5 Minuten was Fahrzeuge angeht das ist ziemlich viel ich hätte jetzt erwartet dass du tschüss sagst aber nur gut wenn du nicht willst ich kann auch tschüss sagen ja sag tschüss was auch immer tschüss ja bis dann oder so wer den Insider kennt tschau